Hey Leute, Geiger Bubemann hier. Ich habe eine tolle Neuigkeit für euch und zwar habe ich Badeschlappen in meiner Wohnung. Ohne Scheiß und zwar hinter dieser Tür. Und da schauen wir auch jetzt mal gleich hinter. Und ja, die Kamera halte ich absichtlich so schräg. So, dann machen wir auch noch schnell das Licht an, damit ihr auch was seht. So, da sind sie. Ja, ich habe noch einiges mit denen vor, zumindest im Sommer. Ja, und ansonsten viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.